Das ist an, glaube ich. Ja Leute, wir sind mal wieder im Urlaub. Sebastian ist leider nicht da. Wir haben uns nicht lumpen lassen, haben uns hier wieder schön die gleiche Hütte geholt. Und zocken auch wieder Games. Letztes Jahr haben wir das Video auch gemacht. Grüße gehen raus an Sebastian. Wer ein Problem hat, soll er es sagen. Ich schreibe es in die Kommentare, wenn ihr ein Problem habt. Ihr könnt auch mal endlich euer eigenes Lieblingsgame rein posten. Du hast letztes Jahr WC3 gesagt. Findest du immer noch? Ich würde es wiederholen, die Tatsache. WC3 Legend TD. Ich mach Zoll frei. Ähm, das will ich so. Ohne Steuersatz. Wie deine Uhr. Ja, also ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir lassen uns das hier gut gehen. Und am Ende des Tages kommen wir dann wohl erholt wieder nach Hause. Auf Arbeit. Wir werden kinder.